Hallo und herzlich willkommen bei Wagner im wunderschönen Schwarzwald, wo Erfinder und Tüftler zu Hause sind. Mein Name ist Ulrich Wagner und ich freue mich sehr, dass Sie mich heute auf unserem Kurztrip durch die Green Family Welt begleiten. Urban Gardening und Grow Your Own haben in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Der eigene Anbau von Kräutern, Gemüse und Obst ist ein entspannender Ausgleich für den stressigen Arbeitsalltag und es ist ein schönes Gefühl, mit der eigenen Ernte seinen Tisch zu decken. Der Wunsch nach persönlicher Verwirklichung stellt uns aber vor Fragen und Herausforderungen, wie zum Beispiel 1. Ich habe gar kein Haus mit Garten, wie kann ich also auf meinem Balkon auf kleinster Fläche ein Hochbeet realisieren? Und 2. Ich habe keinen Keller oder Garage, was mache ich mit meinen Utensilien zur Pflege meiner Gewächse? Und 3. Was mache ich mit meinem Hochbeet nach der Saison im Winter? Die Wagner Green Family ist als Gesamtkonzept entwickelt und ermöglicht Ihnen das Thema Grow Your Own selbst auf kleinster Fläche zu realisieren. Ich zeige Ihnen jetzt nachfolgend wie. Die Wagner Green Box gibt es in verschiedenen Varianten, die Green Box M, L und XL mit jeweils gleicher Breite, aber unterschiedlichen Tiefen sowie das Green Rack. Die Green Box Light ist die verschlankte Version der ursprünglichen Green Box und wahlweise ebenfalls mit Rollen und neben Natur noch in drei weiteren Farben erhältlich. Darüber hinaus geben wir Ihnen mit dem Green Table die Option, eine zusätzliche platzsparende Arbeitsmöglichkeit in Ihrem Outdoor-Paradies zu berücksichtigen. Abschließend gibt Ihnen die Green Wall die Möglichkeit, auch eine Wand oder Fassade als Planzelement zu nutzen und nach Ihren Wünschen individuell zu gestalten. Das bedeutet für Sie immer die passende Größe für den Ihnen zur Verfügung stehenden Raum. Alle Produkte aus der Green Family ermöglichen ein rückenschonendes Bepflanzen und Gärtnern dank optimaler Bauhöhe. Alle Modelle verfügen über einen Stau- und Ablagerraum und sind mit dem Green Family Zubehör kompatibel. Dadurch können Erden und Dünger, kleinere Gartengeräte sowie Gießkannen bei jedem Wetter platzsparend und sicher verstaut werden. Außerdem können Sie mit dem Green Family Zubehör Ihr Hochbeet nach Belieben dekorieren und gestalten. Selbstverständlich sind alle Produkte aus FSC-zertifiziertem Holz. Mit anderen Worten, mit dem Kauf tragen Sie aktiv dazu bei, Ihre Umwelt durch die Förderung von nachhaltiger Forstwirtschaft zu schonen. Übrigens, alle Modelle sind zwar zerlegt, aber vormontiert und sind deshalb in wenigen Schritten leicht aufgebaut. Die Green Family kann die verschiedensten Verwendungsmöglichkeiten haben und aufgrund der Wagner-Mobilitätsgarantie kurzfristig den Standort wechseln. Einfach das rollbare Hochbeet an den neuen Platz schieben und Ihre Pflanzen vor zu starkem Regen oder zu starker Sonne schützen. Unsere Green Family ist so vielseitig, dass Sie sie nicht nur als Hochbeet einsetzen können, sondern auch als Trennwand, Sichtschutz, Kräuterbeet, Barbecue-Beistelltisch und nach der Saison beispielsweise als Raumtrenner, Saftbar, Bücher- oder Kaminwagen nutzen können. Und Ihre Green Wall können Sie ganz einfach unkompliziert in Ihrer Küche aufhängen, um Ihre eigenen Kräuter auch im Winter zu genießen. Mit der Wagner Green Family schaffen Sie Ihr ganz persönliches Grow-Your-Own-Erlebnis und machen Ihr Zuhause zu einem Ort der persönlichen Erfüllung und des Wohlbefindens. Viele weitere Ideen und Anregungen finden Sie auf der Homepage oder im Webshop. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit unserer Green Family. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Gute und Grow on!